Die Führung ist auf Platz 1, auf Platz 1, auf Platz 1, ist gerade auf der 2. Position, kommt jetzt von hinten angeflogen, mit seinem Gefährt, Halko Scholl, übernimmt die Führung. Mario Fischer, Team Engelser, auf der 1. Position, die Bühne Beuße, auf Platz 3, und Kohl zum 4, der Führung statt Ressig, auf der 5. Position, hier, die nächste Bühne, die Klasse, noch ist die Entscheidung nicht gefallen, aber es sieht herneut gut aus für Halko Scholl vom HDS Team, er ist wieder auf Platz 1 und unterwegs, er führt das Feldplan, Heiko Scholl, weiter in den Front, mit seinem Gefährt, Mario Fischer, auf der 2. Platz, die Engelser, dann die Bühne Beuße, auf der 3, im Kessel von Grimmel, Heiko Scholl, vom HDS Team, setzt sich weiter ab, und er kriegt als erstes den Startplan, und wird in der 2. Zeit, er ist auf Platz 1, unterwegs. Michael Scholl, holt sich die Ziele, Mario Fischer, wird noch einmal ganz langsam, die Bühne Beuße, holen sich noch einen 2. Platz, Team Engelser, auf der 3, und die Running Wolves, auf der 4, und Martin Egg ist dabei, Jungstocker,